Hallo und herzlich willkommen zum Audio-Rezept für Möhren-Orangen-Suppe. Die Möhren-Orangen-Suppe ist eine nährreiche, spannend schmeckende Suppe. Falls sie mit einer Fleischeinlage erstellt wird, ist sie gut als Hauptgericht zu verwenden. Für vier Personen werden folgende Zutaten benötigt. Kleine Zwiebel, Knoblauchzehe, Zentimeter frischer Ingwer, 500 Gramm Möhren, Kartoffel, 50 Gramm Kräutercreme fraiche, 50 Gramm Mango-Chartney, Orange, 3 Esslöffel Olivenöl, 750 Milliliter Gemüsebrühe, Prise Zucker, Prise Cayenne-Pfeffer, Salz, Pfeffer. Folgende Utensilien werden benötigt. Topf, Messer, Schneidebrett, Pürierstab. Zubereitung Zwiebeln, Knoblauch, Ingwer schneiden und dann in Olivenöl andünsten. Möhren und Kartoffel, geschält und klein geschnitten, dazu tun, einige Minuten dünsten. Mit Salz, Pfeffer und Cayenne-Pfeffer würzen. Mit Gemüsebrühe angießen und aufkochen. Bei mittlerer Hitze in ca. 20 Minuten weich kochen. Dann mit einem Mixstab pürieren. Kräutercreme fraiche und Mango-Chartney hinzufügen. Eventuell, Fleischeinlage und Kräuter hinzufügen. Die Orange wie einen Apfel schälen, sodass auch die weiße Haut entfernt wird. Filets herausschneiden, den Saft dabei auffangen. Orangenfilets auf Suppentellern verteilen. Suppe abschmecken, mit etwas Orangensaft verfeinern, dann auf Teller verteilen. Als Beilagen eignen sich Eventuell, Fleischeinlage, Würstchen, eventuell, Tiefkühlkräuter, Basilikum, italienische Kräuter, Brot. Viel Spaß bei der Zubereitung und guten Appetit!